Zwei wichtige Entscheidungen beim Verfahren Ripple vs. SEC sollen getroffen werden. Welche das sind, besprechen wir jetzt. Es gibt endlich wieder ein Launchpad von CD-Fi. Hierbei geht es um ein Move-to-Earn-Project. Alle weiteren Informationen dazu findest du am Ende des Videos. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an diesem Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und aktiviere die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Wir starten direkt rein und gucken erst einmal auf den Preis bei XRP. Wir sehen hier aktuell 32 Cent auf dem Tacho, ungefähr eine Marktkapitalisierung von 15,8 Milliarden US-Dollar und auch eine Korrektur von knapp 20 Prozent alleine in den letzten 30 Tagen. Nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen, und auch XRP ist weiterhin sehr weit vom All-Time-High entfernt. Jetzt möchte ich erst einmal mit dir darüber sprechen, warum eigentlich das Verfahren aufgenommen worden ist. Wir sprechen hier vom Jahr 2020, wo der Rechtsstreit begann, denn die SEC hat zu dem Zeitpunkt angefangen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Denn dem Kryptounternehmen und vor allem den Führungsleuten Brad Garlinghouse und Christian Larsen wird vorgeworfen, dass Ripple XRP-Token als nicht registrierte Wertpapiere verkauft haben soll. Wir sprechen hier von einem Volumen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Soweit erst einmal die Anklage. Zwei Jahre ist das Verfahren mittlerweile im Gange und wir haben hier neue Informationen bekommen. Denn die Fox-Reporterin Eleanor Tarrott hat sich mit dem Thema beschäftigt und erwartet zwei wichtige Entscheidungen in dieser Woche, die wegweisend sind. Zum einen geht es um die Entscheidung der Richterin Nedburn, ob die Hinman-E-Mails und Dokumente unter das Anwaltsgeheimnis fallen sollen oder eben nicht. Und die zweite Entscheidung ist noch viel wichtiger, denn hierbei geht es um die Entscheidung von Richter Torres, ob der Antrag der SEC, ihren Widerstand gegen den Antrag des Krypto-Law-Gründers John Deaton zu besiegeln, einen Amicus-Brief über den Sachverständigen der Agentur Patrick Doughty einzureichen. Diese beiden Themen sollen bis zum Ende der Woche durch die Richterin Nedburn entschieden werden. Wir gehen jetzt kurz auf die Einzelheiten ein. Bei dem ersten Thema, das heißt bei den Hinman-E-Mails und Dokumenten, geht es um eine Hinman-Rede, wo es wichtige Informationen drin geben soll, die sich positiv auf die Position von Ripple auswirken sollte. Es geht hierbei um Dokumente, die von Ripple angefordert worden sind, die aktuell aber noch laut der SEC unter das Anwaltsgeheimnis fallen. Und das Ganze soll nun aufgehoben werden. Mittlerweile ist es so, dass die SEC gebeten wurde, zehn Dokumente zur Verfügung stellen, um das Gericht bei seiner Entscheidung zu unterstützen. Richterin Sarah Nedburn führte Anfang des Monats eine Telefonkonferenz durch, um die Freigabe der Dokumente durchzugehen. Diese Dokumente sind deswegen so wichtig, weil die Ripple-Klage letztendlich durch die Rede entschieden werden könnte, die der ehemalige Mitarbeiter der SEC, William Bill Hinman, vor vier Jahren gehalten hat. In einer Kritik an der umstrittenen Rede von 2018 behauptet Stuart Eldorati, General Consul von Ripple, dass die ETH-Rede, die im Mittelpunkt des Kampfes des Unternehmens mit der Regulierungsbehörde steht, das Kryptowässer getrübt habe. In einem Vortrag aus dem Jahr 2018 erklärte der frühere Beamte der US-Börsenaufsicht, William Hinman, dass ETH die zweitgrößte Kryptowährung nach der Marktkapitalisierung kein Wertpapier sei. Damit ist es also ein sehr, sehr wichtiges Dokument, das im Rechtsstreit gegen die SEC also hilfreich sein kann. Das zweite Thema ist auch extrem wichtig, denn es ist so, dass im Mai der Gründer von CryptoLaw, John Deaton, das Gericht aufgefordert hat, einen Amicus-Schriftsatz zu ermöglichen. Dabei geht es um den Antrag, dass über 67.000 XRP-Investoren nun vertreten werden dürfen. Und das würde natürlich die Sachverständigen der SEC ordentlich in eine Schieflage bringen, denn so müssten sie sich eben auch gegen die XRP-Inhaber hier stellen und ein Verfahren eben ausfechten, weil sie natürlich benachteiligt worden sind. Und diese Dokumente liegen dem Verteidiger James K. Fillon nun vor, die hier auch nun gerade sichtbar sind, in dem eben genau das nun angeregt worden ist. Und laut der jüngsten Aktualisierung des Verteidigers haben die Angeklagten von Ripple beantragt, dass ihre Antwort auf die Opposition der SEC gegen den Amici-Antrag öffentlich eingereicht wird. Wir erwarten also hier, dass die SEC ihre vorgeschlagene Schmerzung auf die Antwort der Angeklagten am 23. Juni vorlegen wird. Heute soll es also dazu neue Informationen geben. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir haben zwei wichtige Entscheiderinnen, die durch die Richterin Edburn in dieser Woche durchgedrückt werden sollen. Es geht einmal um die Entscheidung, ob die Hinman-E-Mails und Dokumente unter das Anwaltsgeheimnis fallen oder eben nicht, in der er ausgesagt hat, dass, und das bereits im Jahr 2018, das ETH kein Wertpapier ist, was Ripple natürlich als wichtige Aussage sieht. Und auf der anderen Seite geht es um den sogenannten Amici-Antrag, dass also über 67.000 XRP-Investoren in diesem Fall vertreten werden dürfen, um sich an dem ganzen Thema hier zu beteiligen. Diese beiden wichtigen Themen werden in der laufenden Woche entschieden und können natürlich wegweisend sein für dieses Verfahren. Doch wie siehst du das aktuell gerade? Bist du der Meinung, dass Ripple in einer guten oder schlechten Position ist gegenüber der SEC? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lang ist es her. Heute möchte ich mal wieder über ein neues Projekt sprechen, das auf Cedify gelauncht wird. Und zwar sprechen wir hier von Mancy. Mancy ist ein Move-to-earn-Spiel, was uns dazu bringt, uns zu bewegen, natürlich auf der anderen Seite aber eben auch eine Kryptowährung zu verdienen. Wir gehen einmal kurz den Medium-Artikel dazu durch. Alle Informationen dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung beziehungsweise über den ersten Link in der Videobeschreibung kommst du direkt auf dieses Projekt und kannst dir das in Ruhe nochmal angucken. Der Artikel zeigt auf, worum es hier eigentlich geht. Wir sprechen hier von Move-to-earn, einer neuen Bewegung, die sich mit verschiedenen Elementen schmückt. Wir haben hier eben Tracking durch Bewegungen und den ganzen Kram. Wir haben NFTs, wir haben Kryptowährungen, die eben verdient werden können in dem Moment, wo wir uns dazu motivieren, rauszugehen, uns zu bewegen und etwas für unsere Gesundheit zu tun. Die Idee ist also ziemlich spannend und ermöglicht es uns eben, beides miteinander zu verdienen oder beziehungsweise zu verknüpfen. Die Situation ist so, dass diese Projekte relativ, ja, aus dem Boden sprießen, würde ich sagen. Und Mancy möchte das Ganze nochmal etwas besser machen. Was bedeutet das also? Die App ist weiterhin natürlich über den Play Store und App Store verfügbar. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Man kann mit Mancy Step Standard oder mit Premium starten und bekommt so natürlich viel mehr Progress innerhalb kürzester Zeit. Es gibt außerdem Funktionen wie zum Beispiel Compete-to-earn, um sich also mit anderen zu challengen. Eine super spannende Angelegenheit, wie ich finde. Und auch hier gibt es natürlich NFTs mit verschiedenen Klassen, das heißt also seltene und nicht so seltene NFTs, die man sammeln kann, die man kaufen und verkaufen kann. Man kann sie natürlich aber auch verleihen, ein wichtiges Element bei dem ganzen Thema. Man spricht hier von einem Mancyverse, einer Art Metaverse, womit du dich eben mit Trainern, mit anderen Usern und so weiter connecten kannst. Du kannst Fitness-Goals austauschen, diese erreichen. Und das Ganze soll sogar mit VR verbunden werden. Eine super spannende Angelegenheit, wie ich finde. Und jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Facts. Wir haben hier einen Token, der auf BSC läuft. Das ist natürlich total wichtig. Außerdem sprechen wir hier von insgesamt 2 Milliarden Total Supply mit einem Initial Market Cap von 270.000. Sehr, sehr gering, um ehrlich zu sein. IGO wird am 27. Juni stattfinden. Die Allocation beträgt 550.000 US-Dollar. Und wir haben hier einen IGO-Preis von insgesamt 0,006 Cent. Und auch der Listing-Price wird genau in diesem Bereich unterwegs sein. 15% der Bestände werden sofort verfügbar sein. Und dann gibt es einen Monat Pause. Und anschließend werden 5% der Bestände, die man eingekauft hat, über die nächsten 17 Monate ausgeschüttet. Du kannst an dem IGO über die Webseite teilnehmen, wenn du dich registriert hast und so weiter. Dann findest du hier direkt über Upcoming Pools das Projekt. Und die Webseite solltest du dir auch nochmal in Ruhe dazu angucken. Denn hier findest du auch viele wichtige Informationen, wie das Ganze umgesetzt werden soll, wie das Ganze aussieht. Eine spannende Angelegenheit, wie ich finde. Und das Projekt werde ich selber auch mal ausprobieren. Denn das Thema Move to Earn ist sehr, sehr zukunftsweisend. Manzi ist natürlich aber auch auf Twitter unterwegs. Mittlerweile 42.000 Follower circa. Viele Informationen, die gedroppt werden. Viele Posts zu allen möglichen Dingen und Entwicklungen. Auch hier kannst du gerne mal vorbeigucken und dich informieren. CDFI launcht aber auch in den nächsten Wochen weitere Projekte. Hierzu gibt es zwar noch keine neuen Starttermine, aber das wirst du dann über weitere Videos auch von mir erfahren. Da kannst du dich also freuen. Ansonsten folgt CDFI gerne auf Twitter, um hier up-to-date zu bleiben. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos dich zu verpassen. Vielen Dank.